Es gibt ja einige Leute, die knacken Autos, aber ich zeig euch jetzt noch was ganz Besonderes, weil ich knack heute in der Toilette. Sie kennen das vielleicht, da wird jetzt Pessoa voll gepisst, die Spür ist kaputt. Und Sie sehen hier auch noch, alles im Arsch, alles im Eimer. Aber Sie kennen das sicherlich vom Auto. Da haben Sie immer diese beiden Zyptkabel hier. Damit kann Sie ganz einfach eine Toilettespülung kurz schließen. Soll ich Sie schon loben, wenn Sie mir das so feil ist?